Ja, bei uns ist Fabian Klos, Stürmer von Arminia Bielefeld und auch langjähriger Kapitän Fabian. Nach 18 Spielen hat Arminia 25 Punkte auf dem Konto, belegt Tabellenplatz 9. Ist das auch das, was das tatsächliche Leistungsvermögen dieser Mannschaft widerspiegelt oder schlummert doch noch etwas mehr sogar in dieser Mannschaft? Also rein vom Potenzial her, muss man sagen, sind wir dazu in der Lage, als Mannschaft noch mehr Punkte zu holen als 25 in einem halben Jahr. Es gab natürlich ein paar Faktoren, gewisse Spiele sind für uns gelaufen, andere natürlich eher gegen uns und leider hatten wir auch ein paar Schwankungen in der Hinrunde. Von daher denke ich, dass man sagen muss, 25 Punkte sind okay, aber tendenziell sind wir dazu in der Lage, noch mehr zu leisten. Das heißt, wohin kann die Reise gehen für Arminia Bielefeld, dann in den restlichen 16 Spielen? Relativ frühzeitig sich ins sehr gesicherte Mittelfeld absetzen sollte unser Ziel sein. Dauerhaft, möglichst weit weg von den Abstiegsplätzen. Ich glaube, das sollte unser aller gemeinsames Ziel sein für das nächste halbe Jahr. Im Sommer war absolut nicht sicher, ob du überhaupt bei Arminia Bielefeld bleiben würdest. Du hast dich dann entschieden zu bleiben und hast auch deinen Stammplatz wieder gewonnen. Wie bist du mit deiner persönlichen Hinrunde zufrieden? Ja, wie du gerade sagst, aufgrund des letzten Halbjahres kann ich eigentlich nur zufrieden sein, weil sehr viele Unsicherheiten im Sommer noch da waren. Was meine Person betrifft, auch für mich selbst war ich mir nicht darüber im Klaren, schaffe ich es mich dem Trainer aufzudrängen, schaffe ich es mir den Stammplatz zu erkämpfen, zu erspielen. Aufgrund der Tatsache, dass mir das gelungen ist, muss man sagen, kann ich damit sehr, sehr gut leben, wie das letzte halbe Jahr gelaufen ist. Insgesamt war es eine gute Hinrunde, eine vernünftige Hinrunde und jetzt sollten wir daran arbeiten, dass die Rückrunde mindestens genauso gut wird. Jetzt hast du bis jetzt in dieser Saison drei Treffer geschossen, das ist nicht ganz der Wert, den du für gewöhnlich erreichst. Worauf ist es zurückzuführen aus deiner Sicht, dass es bisher eben nur diese drei Tore sind? Ja, es gab ja die oft erwähnte Umstellung meines Spiels im Sommer, die notwendig war, um sich den Stammplatz wieder zurückzuholen. Und das zieht eben so ein bisschen nach sich, dass man weniger Torchancen bekommen hat persönlich als Stürmer. Ich habe es nicht so gesehen, dass ich eine Reihe von hundertprozentigen verballert habe in mehreren Spielen. Von daher, manchmal ist es als Stürmer so, dass du einen Lauf hast, teilweise musst du dir jedes Tor hart erkämpfen. Letzteres war bei mir in der Hinrunde der Fall, aber ich weiß, wie schnell das gehen kann. Dafür bin ich lange genug dabei und wer lange hart arbeitet, der wird immer wieder belohnt werden. Dein Sturmparten Andreas Vogelsammer hat schon acht Tore auf dem Konto. Gönnt man dem Teamkollegen dann diesen Erfolg oder denkt man manchmal auch, Mensch, hätte ich gern auch mal ein paar mehr oder es könnte auch gern andersrum sein? Ich glaube, das sieht man mir bei jedem Tor von Vogel auch an, wie sehr ich mich fühlend freue. Ich weiß, wie viel Vogel schuftet, nicht nur auf dem Platz, sondern auch außerhalb. Ich gönne ihm jedes Tor, ich freue mich über jedes Tor von ihm mit ihm. Ich weiß, dass es andersrum genauso ist und wir gönnen uns da glaube ich beide den Erfolg. Du warst jahrelang Kapitän dieser Mannschaft, jetzt übt Julian Börner diesen Job aus. Was hat sich für dich verändert? Assistierst du ihm und fragt er dich auch manchmal um Rat? Ja, wenn man ehrlich ist, muss ich sagen, dass sich eigentlich weniges zum Negativen verändert hat. Viele kleinere Aufgaben, wie Bernie sicherlich auch schon erwähnt hat, liegen jetzt nicht mehr in meinem Aufgabenbereich. Und da bin ich eigentlich ganz froh drüber. Bernie weiß, dass er mich Tag und Nacht wegen jedem Scheiß anrufen kann. Und wir harmonieren sehr gut als Kapitän und Vizekapitän, was mit Sicherheit auch daran liegt, dass wir in den letzten Jahren sehr gute Freunde geworden sind. Eine letzte Frage noch muss gestellt werden bezüglich des Rekordes, des Torrekordes, den im Moment noch Ernst Johnny Kuster hält. Mit 111 Mal hat der Firminia Bielefeld getroffen, du hast bisher 109 Treffer. Was würde dir mindestens die Einstellung dieses Rekordes bedeuten persönlich? Offen und ehrlich sehr, sehr viel. Wenn du als Stürmer zu der Ehre kommst, in der ewigen Torschützenliste mit an erster Stelle zu stehen und dann vielleicht auch irgendwann alleine an erster Stelle zu stehen, dann ist das eine riesen Ehre in erster Linie und ein mega Erfolg für jeden Stürmer persönlich auch. Und deswegen muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich mich auf den Moment freue, mein 111. Tor für Aminia Bielefeld geschossen zu haben, weil ich eben auch mir sehr, sehr sicher bin, dass ich diese Marke erreichen werde. Und es wird auf jeden Fall ein besonderer Tag, ein besonderes Tor werden und ich hoffe, dass es am besten das Siegtor ist für drei Punkte in der Liga. Hast du dir schon einen Jubel überlegt für dieses besondere Tor? Ne, hatten wir ja schon mal das Thema. Ich bin nicht so der große Jubler, komme natürlich dann auch immer auf die Wichtigkeit des Tores an, mal ein bisschen extrovertierter, aber in der Regel freue ich mich für mich selbst in dem Moment und manchmal auch ein bisschen leiser. Aber ich denke, wenn das Tor dann fällt, wird man mir in dem Moment auch ansehen, was es für mich bedeutet. Dankeschön. Dankeschön. Dankeschön.